Herzlich willkommen zurück bei meinem Kanal MesserOrg. Es gab jetzt einige lange Jahre, in denen ich nichts gemacht habe. Es gab einige Veränderungen. Damals habe ich einfach zuerst mal keine Zeit mehr gehabt, wenn sich dann auch die Interesse gewandelt. Es hat sich seitdem viel getan in der Schmiede. Ich habe ein bisschen erweitert. Es kam dazu eine Press, es kam dazu eine Drehbank, es kam dazu ein mittelalterlicher Maschinenhammer und noch einige weitere Sachen. Und jetzt nach all den Jahren dachte ich mir, man könnte mal wieder etwas machen. In Zusammenarbeit auch mit anderen Leuten. Und somit werden wir jetzt auch fangen, neue Dinge zu zeigen. Wir werden die alten Videos Schritt für Schritt überholen, sag ich mal, frisch machen. Wir werden von Grund auf alles erklären und zeigen. Von Grundlage über einzelne Techniken bis hin zu einzelnen Werkstücken. Ich wünsche euch viel Spaß auf dem neuen Kanal. Bis dann dann.